Der Chef der größten amerikanischen Bank will Immobilienbesitzer enteignen und der Grund dafür ist extrem verstörend. Außerdem besteht natürlich die Gefahr, dass dieses Vorhaben auch nach Deutschland überschwappt. Alle Details in diesem Video, los geht's! In der britischen Zeitung The Telegraph gab es letzte Woche einen Beitrag mit dem Titel JP Morgan-Chef sagt, Eigentum für den Bau von Wind- und Solarparks beschlagnahmen. Also das ist schon ziemlich abartig und pervers, was er dort gesagt hat. Und dieser JP Morgan-Chef Diamond ist ja auch nicht irgendwer, weil die JP Morgan ist die größte amerikanische Bank und auf der Welt ist sie sogar die viertgrößte Bank auf der ganzen Welt hinter den drei chinesischen Banken. Wenn dieser JP Morgan-Chef also etwas sagt, dann hat das natürlich mächtig Gewicht und wird auch von den Politikern weltweit anerkannt. Und in dem Beitrag vom Telegraph stand dann Folgendes. Der Chef von JP Morgan hat vorgeschlagen, dass Regierungen privates Land für den Bau von Wind- und Solarparks enteignen sollen, um die Null-CO2-Ziele zu erreichen. Jamie Diamond sagte, dass grüne Energieprojekte beschleunigt werden müssen, da das Zeitfenster für die Abwendung der kostspielischen Auswirkungen des globalen Klimawandels immer kleiner wird. In seinem jährlichen Aktionärsbrief sagte Diamond, Reformen bei den Genehmigungen sind dringend erforderlich, damit Investitionen überhaupt rechtzeitig getätigt werden können. Möglicherweise müssen wir sogar Enteignungen vornehmen. Wir bekommen einfach nicht schnell genug die entsprechenden Investitionen für Netz-, Solar-, Wind- und Pipeline-Initiativen. Diamond sagt außerdem, dass der Krieg in der Ukraine die Art und Weise, wie Länder und Unternehmen ihren Energiesicherheitsplanen neu definiert hat. Und der Bankenchef wandte sich auch gegen die Regulierungsbehörden, die im vergangenen Monat die Bankenkrise mit outgelöst hatten, die durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank ausgelöst wurde. Er sagte, der Zusammenbruch der SVB und die von der Regierung eingefiedelte Übernahme der Kölzbis durch ihren größten Konkurrenten können das Vertrauen in den Sektor untergraben. Also, dieser Typ schreibt so viel Mist in einem einzelnen Aktionärsbrief, da kann ich wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln, ja? Wir müssen die Klimaprojekte beschleunigen, weil sonst die Welt untergeht. Der Ukraine-Krieg ist schuld an der Energiesicherheit. Und die Bankenrettung durch die Regierung ist schuld an der Bankenkrise. Also, das sind so die typischen Narrative der linksgrünen Politiker und ich wundere mich, warum der Chef der größten amerikanischen Bank diesen Mist einfach weitererzählt. Und um es hier nochmal ganz deutlich zu sagen, ja? Erstens, nein, die Welt geht wegen der ganzen CO2-Thematik nicht unter. Zweitens, die Energiekrise war aufgrund von der Energiewende auch schon vor dem Ukraine-Krieg da. Und drittens, die Bankenkrise ist entstanden, weil sich die Banken verzockt haben und damit das Vertrauen der Kunden verloren haben. Und obendrein, ja, neben dem, was der Typ dort sagt, will er jetzt auch noch private Immobilieninvestoren enteignen. Und das allein ist schon ziemlich absurd, aber die Begründung dafür ist noch absurder, das kann man sich gar nicht vorstellen, ja? Er sagt, es müssen grüne Investitionen getätigt werden, aber die Genehmigungen des Staates sind zu langsam. Und weil die Genehmigungen vom Staat zu langsam sind, müssen jetzt Immobilienbesitzer enteignet werden. Was? Was ist das denn für ein kompletter Quatsch? Also, wenn die Genehmigungen zu langsam sind, dann muss man diese Genehmigung eben beschleunigen. Aber nicht stattdessen irgendwie irgendwen enteignen, ja? Und selbst wenn man jetzt auch irgendwen enteignen würde, das würde ebenfalls lange Genehmigungen und Verfahren mit sich ziehen. Also, das macht es doch auch nicht schneller. Also, für mich ist dieser Typ mit diesen Vorschlägen einfach extrem Panne. Er sollte sich lieber einfach auf seine normale Arbeit konzentrieren als Banker und nicht über die Sachen reden, wovon er einfach null Ahnung hat. Und leider ist dieses Thema Enteignung aber immer wieder ein Schlagwort von den rot-grünen Politikern. Und selbst in Europa und auch in Deutschland wird davor nicht Halt gemacht. Und viele Enteignungsprozesse sind bereits jetzt im Gange. Hier mal drei Beispiele von Enteignungen, die bereits jetzt schon laufen. Erstes Thema, Gebäudesanierung. Wohnungen und Häuser, die nicht mehr bewohnt werden dürfen wegen den Sanierungsstandards, sind de facto zwangsenteignet. Dann zweites Thema, Verbrennerverbot. Autos, die nicht mehr gefahren werden dürfen, sind Schrott. Und das ist quasi auch eine Zwangsenteignung. Drittes Thema, die Bauernproteste in Holland. Landwirtschaften, die keinen Stickstoß mehr ausstoßen dürfen, müssen stillgelegt werden. Also auch hier eine Enteignung. Du siehst also, überall hat diese Klimasekte ihre Finger drin und will Dinge verbieten und enteignen. Und das muss endlich aufhören. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin ja für Klima- und Umweltschutz. Aber wenn ich jetzt sehe, wie unsere grüne Regierung unsere letzten sauberen Atomkraftwerke abschaltet und dafür mehr schmutzige Kohle- oder Gaskraftwerke betreibt, dann haben die für mich jegliche Kompetenz in Sachen Klimaschutz verloren. Und dann kann ich die kein bisschen mehr ernst nehmen. Und bevor ich mich jetzt hier weiter in Rage rede, einfach mal die Frage an euch. Siehst du das genauso? Hat der Diamond Unrecht mit dem, was er sagt, bezüglich seiner Enteignung für die Klimapolitik? Oder redet der völligen Unsinn? Schreib mit deinem Minder zu ihm die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt.